Ich bin ein Affe, ich bin ein Affe, sieh mich an, Uga, Uga, sieh wie primitiv ich die Nahrung wie ein wildes Tier in mich hineinschaufle. Alter, hast du gerade die ganze Menschheit lächerlich gemacht und beleidigt? Warte, 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 was hast du da eben gesagt? Ich wiederhole, du hast gesagt, du bist ein Affe. Daraus folgt die Gleichung, du gleich Mensch gleich Affe. Fällt dir nicht auf, was du damit eigentlich gesagt hast? Du hast gesagt, Menschen sind Affen, gleich Affen. Mit kleiner Aussage. Und dass Affen als etwas Niedrigerentwickeltes gelten als Menschen. Das ist ja klar, das sieht man ja an den Tierexperimenten, dass das so ist. Es geht auf jeden Fall eindeutig daraus hervor, dass du Menschen mit Affen gleichgesetzt hast und damit automatisch beleidigt hast. Mich inbegriffen. Ja, aber das sehe ich doch an deinem herablassenden Blick, dass du mich wie einen Affen siehst. Ich sehe das doch in deinen Augen. Mhm. 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 Okay.